Woop! One! Charged! Ehhh... Charged crystal, nether crystal, redstone... Nether, okay... Ach ja... Ach so, stimmt, du musst das jetzt an den Niki Slip... Hier ist doch ein Inscriber! Ja, weil ich den gerade gebaut hatte! Hab ich doch gesagt! Ja und jetzt... Watch the problem! Uns fehlen die Vorlagen... So... Das ist das Problem... Und deswegen müssen wir da rein eigentlich... Das ist das Problem hier... Ja, die sind da drinnen... Vermute ich mal sehr stark... Hm, ich nehme ja auch, sonst wird das nicht so gesichert... Das ist ja nur durch Meteoren... Hm... Vortex Infusions... Komm, gib mir den Dark Steel... Blablabla... Mach rein! Speed! Okay... Just do it! Dankeschön... Bist der gerade rein? Hört... Hört... 다른 außen... Doppel leer! Den den!? Okay... uuuh... HAIL.. HAIL. vor allem wegen den ginsen gespornet durch die erde lassen was der größte bist ja spinnen erbten und vier mal ja 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 mal die ganzen spiel mit die kompress cookie ding hast du noch nicht gemacht welche der drei die drei seeds sind bei mir noch frei passen die 3d das sind keine kompress cookie schau mal was du dafür brauchst für den 1 das ist nämlich wieder was für dich ist was für mich genau es ist nicht in kackbrauner ist kompress zu behindert ja das ist ein scherz dass sie das herstellen sollen das war kein scherz ach 5 goodbacks ja merke ich gerade das ding sagt mir nicht wo ich das herziehen soll woher soll ich das denn wissen was ist das ja deswegen lass ich dich das ja machen ja ich kann ich kann das auch nicht herstellen weil ich nicht keine informationen der grund hat doch nein und unten und ich hasse dich weißt du das eigentlich nicht jetzt verballer ich gerade die goodbacks die fünf stück scheiße goodback reward das ding ist jetzt auch fertig Toll D7 8 Und natürlich Create a reward backseat Fick dich So ich muss jetzt mal ein bisschen lernen Ne ne ich geh jetzt einfach, ich hab die Schnauze voll Ich will nicht mehr Ich will sich doch mit diesem Spiel verarschen oder was? Das Spiel will uns generell verarschen Du merkst das nicht Seien die ganzen Smooth Crystals hier, die ganzen Shards und Naja ich weiss Heftig ne Jetzt gehen wir wieder ins Lager Diese Seed Quest Diese eine good bag to rewards bag Die ist fertig ne Und Was ist jetzt mit den good packs? Das Ding was da drin ist, ist meins Kannst du behalten Great Was? Ja Creator Und das sind Einer aber nur Ja darf ich jetzt Darf ich alles verballern? Jaja, darfst du machen Ich hoffe ich jetzt die Kiste voll Ich hoffe ich jetzt die Kiste voll Ja Das sind eigentlich ganz gute Quests Weil du was ordentliches kriegst Ja Ich hab auch nochmal so ein paar Packs zugeschoben Ja Du verwendest einen Du behältst Du verballerst den ein natürlich Aber kriegst den dann auch dann wieder Das ist ja das gute Na gut Ich bin mal nochmal auf Selbstmord Mission Weil ich komm schon an die Kiste unten ran Weil ich komm schon an die Kiste unten ran Ich wollt nur die ganze scheiß Erde wegmachen da So wie der besser herankommt So wie der besser herankommt So wie der besser herankommt Hallo Du hast doch hier ledigseeds ne? Aber irgendein der nicht ausgebracht Die spawnen mir einfach zu schnell Die spawnen mir einfach zu schnell Auf dem Scheiß Raus hier Ich hab irgendwas Ich hab irgendwelche Plates grad bekommen Ich weiß aber nicht was für welche Ganz schnell raus hier Ich hoffe wirklich die Plates die wir brauchen Ja Sehr sehr stark Oh Silicon Plates Die die wir brauchen Ja Geil 36 Stück Und In einer Küste Die ganze Küste war voll Wie funktioniert denn In Scrabber machst du das? Dein Ernst? Ich hab das noch nie gemacht Wo hast du die Platten davon? Ne nur mit anschließend Mit den anderen Ja gib mir mal die Platte Da Scheiß Fein Leute Ich mach mal noch weiter mit dem Smart Ne? Haben wir noch Obsidian? Wahrscheinlich nicht Doch Und ob die aber zum Reparieren gehen Weiß wir nicht die Geschittelten? Doch wir haben nur Inten Obsidian Musst du raus als Kiste machen Ok Wir machen es aber nicht automatisch Ne? Was? Ding? Nein Fertig Aber doch wir können vielleicht nen Hopper dran schließen Wir haben ja genug Wir haben ja eigentlich Eisen Ja aber ne lass mal Ja was denn dann? Da brauchst du es nicht so stark selber machen Wir brauchen Wir machen uns nur so viel wie wir brauchen Hier du musst es so machen hier Flash Hä? Wir machen nur so viel wie wir brauchen Ok Ist mir lieber Ganz ehrlich Telekent ist aber jetzt hier drin auf jeden Fall Ich lass den jetzt Ich hab den jetzt noch eins pressen lassen Also Brauchst den immer da rein Hm Wie gesagt hier Packst die Platte rein Und dann packst du hier in den mittleren Slot einfach das Zeug rein Ja wie das geht Aber wir brauchen trotzdem die anderen Plates noch Ja die musst du suchen Die musst du suchen Ähhh Hallo Mait Ich geh mal kurz nach Hallo Mait Was denn? Nix Hab ich nur gerospert Hallo Mait Brauchen wir auf der Stirn Na ich brauch nur noch Ähm Einen Engert Ich mach meine Schaufel mal schneller Oh mein Öhrchen Das juckt grad Moment Du hattest Du hattest dir nen Hammer gebaut ne? Ja Wurde ich eigentlich auch haben Gibt kein Hammer für dich Weil das wär mir nicht ganz gut Dann kann ich hinten Die Treppe abbauen Und dann baue ich ja die Spawner auch gleich mit ab Bau den nicht Alles kaputt Alles kaputt Na bloß alles kaputt machen Ich kann mir die nach selber machen Ich weiß das ja Wie es geht Mach doch Mach dich Besser Touch What case ne? Zwei von den Gesichtsplatten Ein Hammer und ein Watt Ja Watt Ja Das ist echt nervig Wenn das so im Ohr kitzelt Boah das ist nervig Was? Ich mach schon aufregen Das war's Skizze Äh Wenn du jetzt nix mit Obsidian Nicht drauf klicken ne? Hast du eben schon wieder gewechselt? Ja ich brauche Das Alumait Ohhhh Flash Sinn Kann ich nix machen Spinner Nicht wechseln Achso wo Wo ist sie Was sie print dafür? Ja Ich hab ja gesagt lass mich das Alumait eben fertig machen Kannst du doch wieder nicht hören Boah 6 nackt jetzt alter ich kriege nen Anfall Ja tauscht Ah man Da ist kitzelt Warum kitzelt das jetzt? Weil du behindert bist Mein Ohr ist behindert Wie bist behindert? Kitzelt die ganze Zeit Kuchen Kuchen wird immer weniger Kuchen Party Wie sieht's mit den Lilies Sieht's aus Sie wachsen jetzt schneller Oder was? Keine Ahnung Ich hab die vier Viertel Leiste hingesetzt Aber irgendwie Weiß sie nicht Banding Auch Banding Achso da brauchen die Lilie Pizzen drin Naja was Ah ich weiß noch gar nicht mal wie viel FPS ich überhaupt im Spiel Was? Und der hat keine FPS Anzeige OBI Studio Ok Na aber es läuft flüssig Sieht man ja auch so Kommen wir gleich kurz wieder ich muss irgendwas machen Jaja User left your channel Was für ein schmastig Bestimmt Moven wie das wäre ich hier und User joined your channel Ja Moving Action wieder gewesen Ok Ich kann von oben ja nix machen Ja Er führt dir mal ein dann Priest die Leute dann ein Worum hast du denn User switch your channel Hast du das denn Und an von TS hat Ja ja hab ich Mir ist das egal Ja Hier zum Beispiel aus Ok Der Hammer hat ne Batterie drauf Ist das jetzt für ne Batterie? Hä? Welche Batterie hast du jetzt drauf bekommen? Die Flux-Dings da bumst da Ne Ich hab die einfach drauf gemacht Das ging Den Hammer? Das ging ja Komisch Keine Ahnung warum Keine Ahnung warum Ok Ich bin mal Hab ich noch 10 Oder hab ich noch 1, 2, 3 Ähm Boah hab ich N Boah hab ich N Keine N Luigi Du bist behindert Dann brauch ich ja die Spitze eigentlich gar nicht mehr Kann ich die erst mal weg tun Du musst halt nur aufpassen Und ich nicht sterb Also komplett Ja das wär sinnvoll Oh ey Aaaaaaah Mh ist klar Da haben bestimmt irgendwelche komischen Poisenflaschen die wir aus dem Immortal rausnehmen können Die nur noch eh platzen Kann sein ja Potions Yo Ja Ja Spawner sind weg Haha Jetzt müssen die nur noch sterben Die potions, die potions Ja Ey dieser einschlag Fast totet Ne Haha Ich hab's missficher Ich hab nur die Erstmal Regeneration machen Wollen wir haben wir nicht Potions überhaupt So regenerieren Feeding Potions? Ne ich glaub nicht Potion of Regeneration Generation Hast du klug gehabt Und euch könnte ich doch eigentlich Ein Portion So viel Link Haben wir auch Da 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 Lalalalalalalala Hahaha Mh ist klar Fisch Ist ja schön Naja bei dir nicht Aber egal Ja mach Bum Mach Bum Tüter Bum Du solltest explodieren wenn der Pisser bei dir ist Oh nein hat er natürlich nicht gemacht Oh nein War das Hü Oh Jetzt ist halt die Erde nur noch nervig die da unten drin ist Das ist das einzige Problem noch Weißt du eigentlich dass ich dich hasse? Ich dich auch Nitrogen Nitrogen Warum machst du das nicht selber? Darum Nooo Nicht auf Oxygen Ticken Das ist wieder keine Rückmengung weil er einfach so lange braucht zum Laden Das ist nicht geil Ne Wieso nicht Ja weil das dann immer so lange lebt Aha Jetzt gibt es gar nicht mehr hoch gemischt Autsch Die Hexe hat mich getroffen mit den Posen Ich bin da draußen Aha Ihr Dreckswichter ihr kommt nicht mehr hoch Ach da ist ja doch noch was vorne Scheiße Dann Federn Federn Feile Autsch Das hat die Hexe mich schon wieder getroffen Oh ganz Oh wir können die ganze Pfeile verbrennen Ja Ich bin nicht gehoffen hier Weckjagen Das heißt wir haben wieder Platz In der In der Hood In der Hood Hier scheiß Missviecher Bleibt mal schön nach unten jetzt Ich muss nur diesen scheiß Spawner dann noch weg Ich muss nur diesen scheiß Spawner dann noch weg Na 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 Arrows Cookies Wir haben nur Cookies aber Wir haben nur Cookies aber Wir haben nur kurz gestorben Nö nö Die anderen auch Arrows Das ist doch nur wegen der Meldung ne Ja Ich verstehe nicht Na was denn Boah scheiß Skelette Hier war so viel Arrows oder so Boah Bogen 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 Ganz viele Bögen hier noch drinnen Die könnten eigentlich auch Pernobum War ich nicht Ne Ganz schnell weg mit der Erde hier Ja ist klar Natürlich ist da noch ein Spawner unter